jo leute was geht ab zum neuen video auf meinem kanal und zwar heute ein vlog im schnee ich dachte mir einfach mal ich nehme euch heute mit weil es schon seit gestern abend die ganze zeit schneit ist es für lupo seit gestern das erste mal ich habe kann ich mal ein paar videos einblenden so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Lupus ist schon komplett zugeschneit, wenn man das erkennen kann an seinem Fell. Er findet es irgendwie immer ganz toll im Schnee. Dann kam ich auf die Idee, ob man bei 5 cm Schnee Schlitten fahren kann. Super! Also bis jetzt ist es echt ein Megaflock, muss ich mich echt selbst loben. Wir kommen jetzt gerade wieder und das sind Lupus Pfoten. Die sind voller Schnee und das kriegt man nicht ab. Die klebe einfach an seinem Fell dran, das ist richtig krass. Yo Leute, das war es mit dem heutigen Vlog. Wenn es euch immer gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert mich und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ciao! 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 petitioner